ok städte aufträge zerstört stepford menschliche städte gehören nicht in die hände der orks ok und hier sind auch hier könnten wir wirklich truppen auf höchstem level anheuern ok lager elfen lager agrar holen wir uns erstmal den antrieb das ist eine gute idee da machen wir die sachen da drüben fertig und dann machen wir alles andere also die stadt sollen wir als erstes vernichten stepford gut das heißt wir können hier die sachen klären und hier die sachen und speichert ok hier müssen wir und hier müssen wir das heißt wir können erstmal alles was zwischen hier und stepford liegt klären und ich habe irgendeine einheit die führung die spieler die spieler die aros will hit your target auch hier kriege ich in der tor So, kriechender Tod down. Ihr braucht Nahrung, wo kriegen wir vielleicht irgendwie zusammen? Noch ein kriechender Tod. So, dann dich. Oh, Steine. Steine kannst du aufnehmen. Okay, sind nur 50 gewesen, aber trotzdem. So, wer hat den Antrieb? Ihr habt den Antrieb, also es ist für euch. Du, nimm mal ein Gegengift. Ihr habt den Antrieb, also es ist für euch. Verkaufen wir auch den Stahlpanzer. Hier gleich mal. Den brauchen wir auch nicht. Oh, aber ein Titanpanzer noch einer wäre nicht schlecht vielleicht. Für ihn hier. Oder ihn hier. Naja, komm. Und das gibst du an ihn. Das kann wieder auf euch. Wobei, das Zeug haben wir bei ihm gerade gepunkert. So, mal sehen, was mit den Menschen hier passiert ist. Oh, hier ist eine kleine Truppe noch zurückgeblieben. Oh, hier ist es zu. Oh, hier ist dieStaaten. Oh, hier ist der Geist. Oh, hier ist das. Oh, hier ist das für euch. Oh, hier ist das. Ich bin kein Zeug. Oh, hier ist das. Oh, hier ist das. Ich bin nicht sicher. So, das waren... Achso, da lebt noch einer. Holz? Zu dir? Wie auch immer die da, da hingekommen sind. Weißt du was, die mach ich anders tot. Da wollte ich eigentlich keine Giftwolke hinhaben. So, dann eigentlich dahin. Genau. So sammelt nämlich unser Schamane auch mal Erfahrungspunkte durchs Töten. So. So. Das gebe ich mal meinem Schamane. Jetzt gehen wir mal kurz meine Jungs nach da oben schicken. Die ich auflösen. Oh, die haben eine Max-Stufe erreicht. So, der dürfte rechtzeitig da oben hinkommen. Gut. Der ist rechtzeitig da hingekommen. Und die Steine zu euch. Und dann gehen wir jetzt mal erst den Phantom-Knoten. Und dann das Briganten-Lager. Ihr habt nichts Neues. Ihr habt gar nichts. Ihr habt auch nichts Neues. Und ihr habt auch nichts. Okay. Na ja, hier gibt's noch jede Menge, was ich platt machen könnte dann. Hier ist sogar ja noch ein Magier-Turm. Und dann geht's noch ein Magier-Turm. Und dann geht's noch ein Magier-Turm. Da sind sie, die Gegner. Wir haben jetzt noch ein Magier-Turm. Und dann geht's noch ein Magier-Turm. Und dann geht's noch ein Magier-Turm. Wir werden es noch ein Magier-Turm. auf Dings um. Dann kannst du da oben eine Gift-Wolke machen. Oh, die haut schon gut rein bei dem. Und dann gibt's ja Erfahrungspunkte, was wünschenswert ist. Dann könntest du vielleicht mal das nächste Level erreichen. Elfenlager macht mir ein Angebot. Hm. Monsterhöhle. Und ja, wir haben genug für Level-Up auf jeden Fall. Für den. Schammer an. Und ich hab gleich gemerkt, dass wir einen Krieger verloren haben. So. Archery is our calling. Geben wir mal das Titan-Schwert ab. Vielleicht kriegen wir dann auch noch die Quest für den. Äh, was war das hier unten nochmal? Ja. Für die Geisterau hier. Org-Lager braucht was von der Monsterhöhle. Okay. Agral braucht grad nichts. Und Schirz braucht auch nichts. In Agral können wir jetzt fast alles bis auf, äh, Blutschamanen ausbilden. Im Org-Lager könnten wir auch fast alles bis auf Blutschamanen. Okay, die sind dann wohl wahrscheinlich auf der Map begrenzt. Das heißt, das Nächste ist hier oben lang. Das Versteck des Nekromanden und das Brigantenlager aus Heuchern. Und ja, dann können wir uns um die Monsterhöhlen und die Wolfshöhlen hier kümmern. versoh. Äh, äh, äh. Now what? So. Good choice. So. So.